Okay! Wo ist jetzt? Wohin gehst du denn? Wo müssen wir denn hin? Du bist ja noch gar nicht lang. Hier lang. Du bist deckend in den Raum zurückgetreten. Ey, ich wusste, dass du mich angreifst. Ich hab natürlich alles wieder weggeballert, was irgendwie wegzuballern war. Scheiße. Schade. Oh nein, ist wieder so ein Sänger. Ich hasse Sänger. Ich weiß nicht, ob sich jetzt der Sniper Einsatz wirklich gelohnt hat, aber... Seien Sie vorsichtig. Sie überrennen uns, wenn wir nicht aufpassen. Ich will nicht sterben. Ich will nicht mehr. 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 Oh ja, okay, das geht ja noch. Ich dachte, was ist jetzt für eine Katastrophe? Vielleicht ist man liegen, du Freak. Ich kann nicht so viel Munition verbrauchen. Und wo hast denn die Sniper her, Mädchen? Okay. Das war ja schon mal gar nicht so verschlecht. Ja. 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 Seien Sie vorsichtig. Sie überrennen uns, wenn wir nicht aufpassen. Ja. 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 Tschüss. Wir sind einfach so viele. Ja. Wir müssen rennen. Na los! Durchhalten! Oh, okay. Oh, okay. So. Ich bin schon. Ich bin schon. Mach's. Nach dir. Ich bin schon. Das hätte ich mal früher ahnen sollen. Wenn ich nicht so viel Munition verballert, ey. Verdammt. jetzt sind wir in der Mühle finden sie Deborah Deborah schön Deborah Okay, weiter im Text. Wie sieht's aus mit Munition? Die ist geladen. Und die ist... Ups. Ist aufgeladen. Aber die ist nicht geladen. Und da höre ich jetzt keine Munition mehr. Oh mir das will. Hier geht ja wieder super los. Warum weihen Sie mich nicht ein? Weil Sie mir nicht glauben würden. Darum möchte ich es Ihnen zeigen. Dann werden Sie alle Ihre Antworten verweisen. Warte mal. Ich habe irgendwie das... Verdammte Gefühl. Als könnte man... Siehste? Gut, dass ich mich nochmal umgedreht habe. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, hier war auch noch eins, oder? Deswegen so zwischen diesem hin- und hergebückel... Ne, okay. Ich irrte. Schätzchen. Ich habe mir schon die Schlange im Wohlabend von mir gefunden. Also in diesem Labor. Das Video. Das sind Ihre Freunde? Was ist überhaupt mit ihr? Okay. Wenn Sie antworten wollen, müssen Sie selbst auch ein paar geben. Sie haben recht. Das ist wohl nur fair. Was ist denn das hier? Eine alte Krüter? Oder eine alte Katakombe? Was ist denn das jetzt? Ich dachte nur mir irgendwie, oder? Ich finde es auf jeden Fall sehr klasse, dass es hier ist. Da ist hier so eine alte Katakombe, irgendwie... Hauptsache Munition, die man gebrauchen kann. In irgendwelchen Uhren. Nicht schlecht. Oh, oh. Da ist doch jemand. Warte. Debra! Jetzt dreh doch nicht durch! Debra! Debra! Kannst du mich hören? Deine Zwillingeschwester? Die ist heißer als du. Gott sei Dank! Gott sei Dank! Das könnte auch eine kleine Junge sein. Okay. Genug der Geheimnisse. Was wird hier gespielt? Bringen wir sie hier raus. Dann erzähle ich Ihnen alles. Versprochen. Halt durch, Schwester! Okay, Schwester. Kümmern Sie sich um sie! Überlassen Sie die Feinde mir! Welche Feinde? Der ist voll irgendwie so der... Voll dieser blumige Duft ein bisschen im... Das sieht irgendwie schick aus. Okay. Das heißt, wir kommen da nicht hoch mit dir. Das heißt, wir gehen jetzt immer tiefer in die Katakomben. Warum denn auch nicht hier? Weil vielleicht finden wir ja da einen Weg nach draußen. Also Ihren kleinen perversen... Hört mal auf jetzt zu hecheln da bitte. Der ist ja furchtbar. Ich kenne dich rein. So, was sagt denn unser e-kümmernder? Ah, we can combine something! Dann lad das doch mal rein! Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, hier geht's schon weiter. Hey, du, hey. Hey, Freak. Soja nun nicht hier, Katakombe und Joe Kann das doch fallen? Ah, meine Munition, meine Munition ist immer gut. Leon, Hilfe! Die Decke stürzt ein! Ich würde die Last abnehmen, aber ich glaube, das fändet ihr zu pervers, wenn ich sie jetzt tragen würde. Obwohl, was da ein perverser ist, wenn er eine Hucke packt. Ich weiß auch, ich habe sie wieder. Kommt die da von hinten auch noch? Ja. 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 Ja.